Boah, ja man, Alter. Erstmal direkt den Battle Pass kaufen. Zack. Ja, let's go, Alter. Boah, Alter, ist mir komplett neu. Oha, Junge. Ey, überall Fragezeichen, weil ich nirgendwo war. Oha, Alter, wie groß ist die Map, Junge? So ein großes Fortnite-Map. Jumel! Bum! Ja, wo fliegen wir raus? Ja, hier. Ich bin raus. Zack, hier mal. Der parkiert. Ja, oha, das ist doch low, Alter. Retail Row. Ja, okay, weil du mir jetzt... Ja, egal. Weißt du, alles ändert sich. Wir gehen direkt wieder Retail Row. Ich schwöre, das ist der einzige Ort, der sich nie geändert hat. Ja, Mann, halt, wie ist alles neu? Das ist alles... Ich hab dich den Nebel gehüllt. Ja, Mann. Ey, merkst du, die sucht kick, 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 kick langsam. Ja, gell? Boah, bin ich schlecht. So, der ist da. Boah. Boah, Digga. Ja, komm. Wo ist der Knick? Ja, bei mir. Ja, ich hab ihn. Schnell. Wo ist der Kumpel? Ich glaub, er ist hinten. Ah, da bin ich schlecht. Ich hab keinen Moni mehr. Ja, das ist der Kumpel. Ja, das ist der Kumpel, das ist der Kumpel. Boah. Boah, die Schatten und alles. So sieht alles aus, Mann. Oh, premium. Ja, ja, ich hab grad die heftigste Einstellung ever. Jungek, alles ist auf episch, Adnan, alles. Wir flexen. Ah, er ist hier? Ja. Wo, wo? Wo ist hier? Markier, markier. Das ist die Pisse, Alter. Was soll das? Oh, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Warte, warte, ich hab mich gehört hier. No, God, please, no, no! Siehst du, der Mate? Ja, er ist im Haus hier. Was? Ja, kriegst du auch nicht. Sehr geil, sehr geil. Weg mit ihm. Ich sehe schon, komm, nix, Update. Einfach, kein Land. Einfach gar kein Land, einfach nur noch Wasser. Ja. Es wird einfach so Findet Nemo sein. Ja, genau. Findet Nemo. Der Erste, der Nemo findet, hat gewonnen. Ja, hier. Ja, ja. Boah, wie schlecht. Alter, wie schlecht. Komm, komm, komm. Bist du da? Ja, ja, komm, komm, komm. Alter, ist er lost. Aber ich bin schlechter. Anna ist down. Ja, ja. Ja, der Zweite hat, Junge, der ist lost. Boah, Alter, fast gestorben. Oh, Vorsicht, da, da, da. Siehst du, da sind drei, da sind vier. Alter. Hey, Lord, was ist das? Hä, was, hä? Was ist los mit denen? Ja, scheiß mal auf die, oder? Das ist wahrscheinlich diese Dinger, ne? Ja, die sollen weg. Schmutz. Wie hießen die früher? Junge, die werden, ja, diese Skull und Shadow und was da alles gab. Boah, was ist das Glühwärmchen? Das ist kein Glühwärmchen. Ja, guck doch. Der brennt auf einmal. Boah, warte, was passiert? Ja, guck, kriegst Schaden. Boah. Ah, Leute, das ist ja alles unter Wasser. Guck, diese ganze... Alles, alles ist ja... Alles ist unter dem Wassergefühl. Alles ist in dichtem Wassergefühl. Eigentlich völlig neue Welt erwarten zu uns. Ah, da vorne. Siehst du? Der baut grad ab. Ja, okay, komm. 2, 1, bang. Hast du's getroffen? Ich auch nicht. Akставля aber knapp, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich glaube nicht. Komm, schieß du da mal. Ich schieß rein, oder? Er ist da links. Sehr miese. Oh, 105, 105, hilmel... 105? Der right, nicht der linke. Hast du irgendwas zu werfen? Nein, ich mein 105 Schaden hab ich hier gegeben. Oh ne, oder? Okay, Ska, komm. Wir smipen die weg einfach. Hit, hit, hit. Oh, der eine ist low, Adnan, der eine ist sehr low. Hier, hier, vor uns, gleich vor uns. Ja, okay. Let's go, dir, wir können nicht so viel Leben haben. Oh, ich hab auch fast getroffen, sehr sehr knapp. Warte, Pause. Los. Oh, wie geil, jetzt, Alter, wie geil. Digga, das machen wir nochmal. Alter, ich hab nix gesagt und du wusstest, was mit Abgeid, Alter. Alter, Junge, eSports ready, eSports ready. Du bist wild, Digga. Junge, der geht down. Geil. Hey, hey. Egal, das ist ein Mate, muss irgendwo hier sein. Äh, ist euch egal, wie du willst. Ja, scheiß drauf, komm. Oh, der hinten. Gleich ist. Down. Boah. Das ist ein Mate, krabbelt er irgendwie hinter. Komm, jump hit, jump hit, jump hit. Sehr geil. Letzter. Letzter da hinten. Hey, 100, 200 Schaden, 105 Schaden. Können wir das gewinnen? Alter, der hat so Bock. Der hat so Bock. Komm, peek. Du musst schießen, du musst schießen. Er ist low, er ist low. Er ist übel low. Oh, Junge. Oh, nice. Nice, alter, was? Nice. Oh, Junge. Scheiße, Digga. Ja, ich würde sagen, das ist absolut der geilste Start in die Season, oder? Du hast Fortnite durchgespielt. Für Fortnite. Für Fortnite. Für Fortnite. Für Fortnite. Dein. Stefon